Aus meiner Sicht sind Ratings bzw. Bewertungen von Vorsorgeprodukten für Vermittlerinnen und Vermittler, aber auch für Kundinnen und Kunden wichtig. Das möchte ich anhand von einem Beispiel erklären, wenn man unser privates Rentenversicherungsrating der dritten Schicht betrachtet. Untersuchen wir 145 Tarife und jeden Tarif mit 90 Kriterien, also insgesamt 13.000 Kriterien. Wir bauen das so auf, dass wir letztendlich bei jedem Kriterium den Durchschnittswert bilden, den Durchschnitt von allen 145 Tarifen und einen Tarif, der dann mehr Punkte hat bei jedem Kriterium. Also beim Durchschnitt hat man Note 3, so muss man sich das vorstellen und immer wenn man mehr Punkte hat als der Durchschnitt, bekommt man Note 2,9, 2,8 und wächst so Richtung 2,0, 1,5 und so weiter. Also sehr gute Bewertung. Das ist unsere Systematik und ich behaupte einfach mal, dass es auch für Vermittlerinnen und Vermittler sehr schwierig, sehr aufwendig ist, diesen Test durchzuführen, 13.000 Kriterien. Man braucht ja das Benchmarksystem, also Benchmarksystem, diesen Durchschnittswert, um ein objektives Kriterium zu haben. Und das ist quasi eine objektive Art dieser Bewertung. Das braucht man so. Für Kundinnen und Kunden ist es eigentlich unmöglich, weil es fachliche Wissen fehlt. Und deshalb ist es wichtig aus meiner Sicht, und das behaupte ich einfach mal so, dass auch Kundinnen und Kunden sich auf ein System verlassen können, auf eine Bewertung, das objektiv ist. Und deshalb sind aus meiner Sicht Ratings auch so wichtig, auch für Vermittlerinnen und Vermittler. Sie müssen halt immer darauf achten, dass wirklich die Kriterienkatalog bzw. Bewertungssystematik objektiv waren. Und wenn es gegeben ist, dann kann man sich auch darauf verlassen. Und wir haben deshalb auch, weil HDI Clever Invest hier sehr gut abgeschnitten hat, haben HDI Clever Invest auch ausgezeichnet. Übrigens hat HDI Clever Invest noch eine Aussage von uns erhalten, weil sie besonders viele nachhaltige Fonds anbieten, haben sie hier bei uns auch eine exzellente Bewertung bekommen bei unserem Nachhaltigkeitsrating.